So, willkommen zu einer weiteren Folge Ramses Zockt. Wir haben ja letztens mal dieses, äh, ich hab keine Ahnung mehr wie es heißt, Beat, Dash, Dash Beat, Beat, irgendwas, Beat, das mit dem Ninja, mit den Musikstücken, wo man rumrennt, was eigentlich richtig cool war von den Farben her, von den Levels, von der Gestaltung, das ist sehr geschickt. Natürlich, wird immer schwieriger und ich hab euch ja erzählt, ich habe hier, zack, als ich letztens Guthaben aufgeladen hab, eine Prämie bekommen. Jetzt war die Prämie, die ich bekommen hab, Call of Duty, kostenlos, also irgendein Erweiterungspack, kostenlos, ich denk mal die App an sich ist kostenlos fürs Handy, aber so ein Erweiterungspack, gemäht von 25 Euro, hab ich dann bekommen. Und das möchte ich heute mal testen, deswegen gehen wir mal hier drauf, ihr seht schon, da dreht sich auch gleich der Bildschirm. Dann nehmen wir das mal mit, wir schieben das mal, jo, was geht ab, jo, was geht ab. So sieht das doch, naja, so sieht's eigentlich, irgendwie gefällt's mir so, aber da ist halt zu viel frei hier drüben. Deswegen, wir schieben sie einfach mal hier hin. Der Typ hat das halt jetzt hier, der trägt das Handy. Da können wir theoretisch hier mich auch noch ein Stück größer machen, solange wie das lädt. Gut, wir testen jetzt mal Call of Duty Mobile. Ich hab wieder mal, keine Ahnung, erstmal lauter machen. Gut, wir machen's wieder leiser. Erstmal alles annehmen hier. Gast Call of Duty Facebook. Wir nehmen... Hä? Wir drücken mal auf Call of Duty. Wenn sie sich mit einem Call of Duty Konto anmelden, ohne es vorher zu verknüpfen, erstellen sie neue Speicherdaten. Äh, okay. Macht's nicht. Gut. Na, dann nehmen wir mal... Achso, dann drück ich halt Facebook, weil ich verknüpfe immer alles mit Facebook. Dann lockt sich's halt jetzt über Facebook ein. Er hält Zugriff auf Name, Profilbild, Freundesliste, als Ramon fortfahren. Ja, wieso denn nicht? Guckt mir ruhig tief in die Po-Ritze. So, wir sind jetzt. Und? Tut sich jetzt was? Es lädt? Es lädt nicht? Oh, sieht das heftig aus. Charakter erstellen. Ramon. Naja. Spielername wird bereits verwendet. Junge, wieso gibt's da einen, der Ramon heißt? Hä? Ram... S... S... Der... Die... Gä? So. So heißt nämlich keiner. Kann euch nochmal den Adi zeigen. Der Adi fliegt nämlich schon wieder da unten auf dem Boden rum. Guckt. Immer wenn ich hier sitze und zocke, legt er sich da in die Ecke, kräuselt sich zusammen und, keine Ahnung, tut so als wäre er tot, damit ich Mitleid mit ihm hab. Aber der Adi muss auch mal sehen, dass ich hier wichtige Sachen zu tun hab. Simon Ghost Riley, willkommen im Trainingslager, sobald... Soldat. Sobald. Soldat. Lernen Sie schnell, wir brauchen Sie da draußen. Tutorial für grundlegende Steuerung. Links auf dem Bildschirm wischen zum Bewegen. Aha. Tippen Sie irgendwo auf den Bildschirm, um fortzufahren. So. Rechts auf dem Bildschirm wischen Sie zum Steuern der Ansicht. Mhm. Oh, toll. Jetzt da bin ich so weit rechts hin, da hat's gleich die App zugemacht. Wieso ist das denn jetzt hier drüben? Wollen die mich verarschen? Ich muss das mal hier wieder... Das hat sich hier alles komplett verschoben. Wir sind doch hier, ne? Richtig heftig am Start. Es sieht immer noch cool aus, wenn's hier unten ist. Aber wir wollen's ja hier oben haben. Ich hoffe, das bleibt jetzt da, wo's ist. So, wir können uns hier also umgucken. Ne? Ganz gechillt. Und auf der linken Seite bewegen wir uns. Yeah. Weiter zum nächsten Ziel. Okay. Zum Aufnehmen tippen. Mhm. Weiter zum nächsten Ziel. Einfaches Feuer-Notorial. Um über ein Ziel zu feuern. Hab ich gar nicht gesehen. Das ist hier drüben. Achso, gut. Da muss man ja aufpassen, wo man hindrückt. Dass man hier nur so macht. Aber hier so macht. Aber... Ja, egal. Ja, wir laufen mal weiter. Jetzt muss ich das wieder zurücknehmen. Tippen Sie Einstellungen an. Jetzt kommen immer mehr... Immer mehr, äh... Das gefällt mir immer noch nicht. Das ist schon wieder... Verschiebt sich das immer zu? Oder bin ich zu blöd? Links und rechts ist doch noch ein Stück Schatten, oder nicht? Ach, ein Stück Rand. Tippen Sie die Einstellungen an. Einstellungen. Was wollen die mir noch alles hier drauf geben? Automatisches Feuer aus der Hüfte begrenzen. Schießmodus. Erweiterter Modus. Zielvorrichtung. Eintipp Zielvorrichtung aus der Hüfte. Eigen. Ich drücke mich halt wieder zurück. Keine Ahnung. Halten Sie Feuer. Zum Zielen. Und Schießen. Toll. Das ging ja heftig gut. Wählen Sie Ihren bevorzugten Feuermodus. Äh... Was war jetzt der Unterschied? Ich gehe doch nur dahin. Der schießt doch eh von alleine. Ja, egal. Einfach erweitert. Einfach erweitert. Wir nehmen mal einfach. Wir wollen es ja hier einfach halten. Er geht da hin. Er schießt. Und hier... Bam, bam, bam. Verstehe ich nicht. Na ja, wir nehmen wir trotzdem mal einfach wenig Munition. Wir laufen jetzt mal vor. holen uns Munition. Wir holen uns Munition. Und ich hoffe, dass... Dicke, wie hebe ich denn die Scheiße auf? Jetzt so. Okay. Nee. Ach, was weiß ich, was der will. Weiter zum nächsten Ziel. Weiter zum nächsten Ziel. Dicke da. Da laufen welche. Ich bin zu blöd, meine... Ach so. Das muss ich so gedrückt halten. Und dann... Und dann muss ich erst wieder zurück. Alles klar. Was ist denn hier? Was macht der? Zweimal tippen für Boost. Ey, ich hab... Ich glaub, das Spiel ist einfach nichts für mich. Das ist vielleicht ganz cool, wenn man sich da ordentlich reinfuchst. Aber ansonsten... Auf der Konsole fand ich das schon manchmal übelst anstrengend, weil das alles so hektisch und brutal ist. Aber auf dem Handy ist das noch komischer. Trotzdem Glückwunsch. Zum Fortfahren antippen. Sehr schön. Ja, 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 ja. Erzähl hier nicht so viel schmaren Neu-Event. Hier berühren für Chatprotokolle. Hier ist auch noch ein Shop. Ach, jetzt sollen wir auch noch extra da rein, ja. 100. Bestätigen. Kaufen. 100 Münzen. Bestätigen sie ihren Kauf. Okay. Haben wir uns schön erstmal eine Waffe gekauft. Sehr schön. Zum Schließen berühren. Zum Fortsetzen antippen. Zurück. Shop. Und wieder hier. Tippen den wieder weiter. Ausrüstung. Alter, das ist... Einfach heftig komplex. Ja, und jetzt? Keine Ahnung. Soldaten- und Operatorfertigkeit. Primäre taktische Aufrüstung. Extras. Äh, ja. So, wir nehmen die neue, die M4. Ausrüsten. Primärwaffe. Ausrüstung. Mehr Spieler. Wir drücken einfach mal überall drauf. Mehr Spieler antippen. Werdig. Start. So, solange das Spiel sagt, was wir machen sollen, machen wir das halt auch. Versucht bloß keine eigenen Sachen zu machen. Macht nur das, was das Spiel sagt. Einstiegspunkt. Front. Nuketown. Das Team, das zuerst das Punkte-Limit erreicht, gewinnen. Sie steigen an einer Teamposition wieder ein. Gewinnen sie genug Feinde in Folge, um ihre Punkteserien-Fertigkeiten zu aktivieren. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt habe ich schon wieder... Ausrüstung wählen. Ja, ja. Lass mal alles mal so, wie es ist. Ich kann auf jeden Fall jetzt... Zielen. Wenn ich hier drücke... Keine Ahnung. Dann lauft ihr mal vor. Das sind doch Feinde, oder? Was heißt hier wenig Munition? Ich kenne nicht mal, was die Feinde sind und was der Rest ist. Nein, er bringt mich auf. Wie kann man hier überhaupt messern? Weiß man das? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Rams ist der Dicke. Die Sau. Den schnapp ich mir. Na, warte. Ich laufe einfach mal hier um die Hecke rum. Ich muss ja gar nicht heftig zielen eigentlich. Es reicht ja, wenn die einfach nur irgendwo in mein Fadenkreuz reinkommen. Hier, mach den kalt jetzt. Wie viel hält der denn aus? Joa, gut. Der Kollege macht das einfach. Schnell weg. Also, irgendwie... Ich hätte mir nie vorstellen können, dass man sowas auf dem Handy zockt. Oh, das ist mir viel zu... Jetzt hier macht doch mal, bis der schießt, Alter. Ich hasse das. Dieses erst anvisieren, dann such das, dann mach das irgendwas. Dann bleibt das nicht drauf. Das sieht so behindert aus. Einfach nur... Eine halbe Stunde da rumwühlen und da drauf, aber... Naja. Jetzt steht er direkt neben mir. Und jetzt? Jetzt muss ich bis an den ranlaufen, ja? Er messert halt nicht. Was ist denn? Bring ihn doch mal um. Und wieder raus. Ach, ist das herrlich. Einfach nur hektisches Rumgebambel. Ich hau ab. Mir ist das hier zu stressig. Verbleibende Rundenpunkte. Fünf. Sehr schön. Ja, wie soll ich denn hier aber... Ich verstehe es nicht. Hol mir erstmal eine Drohne. Sehr schön. Ich habe trotzdem keine Ahnung, wie ich das Messer einsetze. Ich kann kriegen, ich kann machen, aber ich habe doch hier drüben nichts zum Messern. Da stand ich wirklich nicht nah genug dran. Ich denke sich auch, wow, was für ein Feigling. Der steht hier drin und macht nichts. Hier, komm her. Der hat überhaupt nichts gemacht. Nehmen wir mal hier auf. Hey, gewonnen. Oh mein Gott, ist das heftig. Also... Letzte Abschlusskamera. Sehr schön. Immer auf die Füße. Guckt, wie behindert das ist. Wo da hingeschossen wird. 20 Mal einfach in den Gartenzaun rein. Und dann trifft eine Kugel vielleicht noch und dann passt das. Was ist denn schon wieder mit dem Bild? Ich verstehe es nicht. Das hängt schon wieder hier oben rum. Das verschiebt sich immer zu, oder was? Ich habe es doch hier hin. Ey, das riecht mich auf. Ey, das riecht mich auf. MVP. Sehr schön. Guck mal, ich habe 660 Punkte. Der Wasserpapa-Guy hat 320 Punkte. Dann bin ich doch gar nicht mal so kacke, ne? Wenn ich auf Platz 2 bin. Obwohl ich mich richtig kacke angestellt habe. 1200 EP. Stufenaufstieg. Stufe 2. Da werdet ihr natürlich mächtig belohnen. Gibt es eine Granate. Wunderbar. Fortsetzen. 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 Okay, weiter. Drücken mal alles durch. Weiter, weiter. Verlassen. Und jetzt stehe ich wieder hier. Wenn es mir jetzt nicht sagt, was ich machen soll, von alleine kriege ich eh nichts gebacken. Was haben wir denn jetzt? Okay, drücken wir mal auf die Granate. Granate wurde freigeschalten. Spielerstufenbelohnungen. Radioaktiver Agent 5000. Zum Fortsetzen antippen. Ey, es macht so viel, so ein Hin und Her. Und ich habe immerzu gar keine Ahnung, was das alles ist. Das ist einfach so unübersichtlich für mich als Außenstehenden, der an sich keinen Bezug hat. Zu diesem ganzen Szenario, zu diesen ganzen Spielen hier. Ich drücke einfach nur immer, was es mir vorgibt. Wenn das nicht da wäre, ich hätte gar keine Ahnung. Also, ja, da drücken wir hier nochmal und da nochmal und dort. Verbesserung. Jetzt kann ich meine Waffe verbessern. Nutzen Sie EP-Karten, um Ihre Waffe aufsteigen zu lassen. Okay. Und? Maximum nutzen. Stufenaufstieg. M4 auf 2 aufgewertet und neuen Aufsatz freigeschaltet erhalten. Für weitere Aufsätze wischen, jetzt habe ich doch schon, ich drücke doch schon drauf. Ja, ich wisch. Ich wisch, auch weil der bis hinten ist. Verbesserung, Verbesserung. Hier, da, unten. Visier platzieren. Wir haben ja nur eins. Drücken wir. Okay. Drücken wir hier. Primärwaffe wieder. Ausrüstung. Mehr Spieler. Sehr schön. Einlösen. Was auch immer es einlöst sich. Ey. Zum Fortsetzen nochmal antippen. Okay. Anmelde Bonus. Belohnung. Tag 7 gibt es Spezialeinheit 5. Was auch immer. Sieh her. Tag 6. Rucksack rot. Tag 5. Waffen EP-Karte. Tag 4. Das ist auch so ähnlich wie bei dem Wrestling-Spiel. Immer wenn ihr euch einloggt, kriegt ihr jeden Tag eine tägliche Belohnung. Hier natürlich auch. Radioaktiver Agent. Rüsten Sie sich aus mit dem neuen Battle Pass. Kaufen. Seit der letzten Saison gab es einige Änderungen am Battle Pass. Wir haben auf einen einzigen Stream gewechselt und ihre BP-Stufe ist jetzt hier erhältlich. Okay. Das heißt jetzt was? Der Balken zeigt ihren Fortschritt bis zur höchsten Stufe an. Sie können aufsteigen, indem sie einfach spielen oder saisonelle Aufgaben abschließen. Aha. 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 Was? Hä? Hm? Season 7. Das ist aber schön. Sechster... Ne, 12.06. ja. Bis 9.07.2020. Radioaktiver Agent. Ausrüsten. Zum Überleben. Ich habe keine Ahnung, was das hier die ganze Zeit macht. Ich drücke einfach mal alles durch. Ich drücke einfach überall immer schön auf Kaufen. Genau. Da freuen sie sich. Frei. Was ist das? Nichts. Erhalten. Premium Pass kaufen. Ich habe hier keine Ahnung. Ich habe hier keine Ahnung. Ist auch alles gesperrt. Okay. Ja, das könnt ihr alles irgendwie freischalten, wenn ihr viel spielt. Wenn ihr genügend... Irgendwelches Zeug macht. Beat Blade hieß das andere. Genau. Was wir beim letzten Mal gespielt haben. Aber irgendwie... Ich habe keine Ahnung, was hier mit abgeht. Jetzt drücke ich nochmal hier drauf. Jetzt bin ich wieder hier. Wie kann ich denn jetzt hier noch eine Runde zocken? Gar nicht. Premium Pass. Premium Pass Plus. Ghost Schutzanzug. Ja, wenn ich gar nichts will. Möchten sie das Spiel wirklich beenden? Okay. Wenn ich nochmal drauf gehe. Oh Mann. Also Respekt an die Leute, die hier... Sowas auf dem Handy zocken. Ich... Ich komme damit überhaupt gar nicht klar. Wenn man sich da Zeit nimmt und da reinfuchst. Ein bisschen geschickt ist so... Dann ist das vielleicht eine coole Sache. Aber ich glaube, sowas würde ich eher auf der Konsole zocken. Eben dieses Rumgewische auf dem Bildschirm mit zwei Fingern. Da und da gleichzeitig. Für sowas möchte ich lieber einen Controller einfach in der Hand. Da ein bisschen rumlaufen auf dem Fernseher, wo man auch was sieht. Da gönne ich mir lieber Beat Blade. Mit cooler Musik, was so abgeht. Aber so Ballerspiele... Finde ich ist jetzt nicht unbedingt was, was man zwischendurch im Wartezimmer vom Arzt spielt. Spielt lieber Beyblade. Wer das trotzdem zocken will oder wer das zockt, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr das auch auf eurem Handy habt oder wenn ihr Leute kennt, die das zocken. Ja, ansonsten... Keine Ahnung. Es ist immer zu nur kaufen. Kaufen, es brennt. Kaufen, hier, kauf hier, kauf da, kauf noch mehr. Mehr Spieler. Ich bin am Start. Ach komm, ich drücke einfach nochmal hier auf. Zack. Vielleicht lädt es ja noch eine Runde. Und wenn wir jetzt sterben, dann können wir das ja lassen. Schon wieder Nuketown, sag mal. Kann man die Karte vorher auswählen? Ich hab gar nicht geguckt. Ich finde das Level auch komplett hässlich. Ich hasse dieses Level. Ich versteh's nicht. Wie soll man daran Spaß haben, man? Vielleicht ist das auch das einzige Level, was es gibt. So, jetzt muss ich mich nochmal hier... Wir rennen. Ach so, wir warten noch auf einen anderen Spieler. Jetzt kann ich aber schon mal so tun, als ob. Jetzt würde ich hier übelst abgehen und übelst durchs Level durchrennen. Da zack und schnell die Treppe hoch. Ah, ich häng auch. Und hier rein und hier weg und dann schnell wieder so und so. Was ist das? Ein Sprint? Ach, jetzt hat es sich da eingehakt und so rennt er immer. Da muss ich den Bildschirm gar nicht mehr gedrückt halten. Okay, sieht lustig aus. Wie... Wie mach ich das wieder weg? Vor dem Spiel. Super. Joa. Ich hoffe, das schmeißt mich dann wieder zurück. Nicht, dass ich hier stehe, wenn die ganzen Gegner hier spawnen. Auf jeden Fall vergesse ich immerzu nachzuladen. Dann habt ihr hier die verschiedenen... Also Kriegen, Hockern, Sitzen, Springen, Rückwärtssaldo. Das ist alles so komisch, wenn das auf so einem Touchscreen ist, finde ich. Naja. Okay. Ausrüstung wählen. Ich glaube, es geht jetzt los. Können ja noch mal schauen, was wir hier machen. Rennen einfach mal rein in die Meute. Versuchen noch mal wild drauf zu ballern und dann... Ich ziele auch nicht. Ich renne einfach nur los. Kann man da... Kann man da... Ach, hier ist Hüpfen. Jetzt habe ich es. Dicker, Granate. Bruder, wo kommt die Granate her? Sie? Und die Granate. Sehr schön. Das ist so viel zu. Ich renne einfach durch und mache mein Ding. Ja, alles klar. Oh, hier kommt... Zack. Stirb und du stirbst auch. Ich lade nach und auf euch hinterher. Yeah. Ihr kennt mich alle mal. Da ist noch einer. Schnell, dreh dich rum. Ah, ich komme nicht hin. So, jetzt ist wieder hier unten einer. Schnell hinterher. Ich kriege das mit dem Drehen nicht hin. Da erscheint das Messer immer auf der Karte, oder? Drück doch mal drauf. Einfach blöd rumstehen, mitten in den Gegnern. Ja, wieso nicht? Schießt doch! Er schießt natürlich nicht. Er muss ja auch... Er muss ja auch erst nochmal nachladen. Er muss ja auch sonst was tun. Ja, egal. Oh, ihr seht schon, wenn man noch eine Runde spielt, hat man übelst Spaß daran. Also, da kann man gar nicht mehr ohne. Arschloch, komm mal her. Einfach hier stehen und alles mitnehmen. Ja, wenig Munition. Achso, hier, nachladen. Alles wird gut. Da kommen sie wieder alle aus einer Ecke geschossen, die Schweine. Also, so geht das gut, wenn die alle hintereinander stehen. Ja, du schießt nach oben, du nicht. Ein Stück wieder hinter. Nein! Den einen wollte ich doch noch mitnehmen. Komm, der eine hätte es verdient. Was sind wir eigentlich? Sind wir Team Blau, ja? Dann haben wir ja 18. Super. 18 zu 13, das sieht gut aus. Ich bin immer im Gewinnerteam. Das gefällt mir. Hier, schieß den weg. Der bringt doch meine Leute um. Ich will nochmal hier mit Zielen versuchen, wenn ich mal einen sehe. Ich sehe aber keinen doch da jetzt. Komm, den nehmen wir auch noch mit. Sehr schön. Nochmal wechseln. Schön um die Ecke. Da hat doch niemand eine Granate geschmissen. Okay, können wir wieder einen. Nochmal hier. Zack. Drauf und fertig. Wunderbar. War es das? Ne. Ach, wir laden nochmal. Mal. Ach, ist das ein Gebammel. Diese dreckigen Holzbalken dazwischen. Und immer auf die Füße schießen. Guck doch mal. Was macht der? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, es ist doch schöner, einfach so durchzurennen und zu schießen. Das war es. Das war es. Aus auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, wie lange es noch geht. 35 zu 24. Ich finde, die zweite Runde läuft schon etwas besser. Also, aber ich würde niemals ein Spiel zweimal spielen, sozusagen. Also, wenn ich sowas mache, Ramses Zock, dann immer nur Spiele, die ich noch nicht gespielt habe. Außer beim Wrestling. Das würde ich vielleicht mal spielen, um es euch zu zeigen. Aber ich würde jetzt nicht mehrere Folgen damit machen. Ich bin ja kein Let's Player, der hier ein Spiel spielt mit Story und da durchgeht und was weiß ich. Ich bin ja einfach nur ich und ich gucke mal, was es so gibt und was Spaß macht und was keinen Spaß macht. Am besten das, was keinen Spaß macht. Ach, sind die. Alter, die sind doch im Haus. Das rieche ich doch. Schieß! Und geh schnell rein. Wir bringen dich sonst um. Ist einer von mir. Naja, ist keiner von mir. Ah, jetzt lädt er natürlich nach. Ist das ein blödes Rumgemetzel sinnlos? 46 zu 30, das geht aber noch. Jetzt kommt schon wieder hier einer abgerannt. Und der rennt mir halt wirklich voll rein. Oh, noch ein Stück. Komm, noch ein Stück. Ich schaffe es nicht um die Kurve. Da drüben kommt gleich einer. Joa, stell dich schön da hin. Ich nehme auch mit. Komm. Was hält der denn aus? Ah, schieß doch einfach drauf oder nicht? Ja, ist schon vorbei. 50, 31 stimmt. Achso, bis 50 Punkte ging es. Genau. Hey, der Bildschirm hat sich nicht mehr verschoben. Letzte Abschusskamera. Zack. Auf die Treppenstufe. In den Balken. Und dann schießt er ihn weg. Sehr schön. Jo. Abstufe 50 freischalten. Feinde ionisieren. Komischerweise ist der Ton aus. Ich weiß nicht, gab es vorhin Ton? Vorhin gab es doch Ton. Jetzt gibt es keinen Ton mehr. Ey, ich bin sogar jetzt auf Platz 1 von meinem Team. Platz 3 hat 500 Punkte. Platz 2830. Und ich MVP. Most Variable Player. 2520. Sehr schön. So kann es weitergehen. So geht es aber nicht weiter. Denn das war es jetzt von meiner Seite aus. Stufenaufstieg. Da wird man belohnt. Also das ist ja wie in der Go Battle League. Genau. Das nehmen wir mal mit. Das ist mir aber zu kompliziert alles. Das heißt, ich gehe jetzt hier raus. Das muss man hier. Wie wische ich jetzt den Dreck wieder fort? Das muss weg. Das muss weg. Das brauche ich eigentlich noch. Weil wir es ja eh nie wieder spielen. Können wir es jetzt auch gleich deinstallieren. Huch. So, deinstallieren. Seitdem ich das nämlich drauf habe, steht permanent da, dass mein Handyspeicher voll ist und ich aufpassen soll, weil ich gleich nichts mehr runterladen kann. Weil das, was weiß ich, 2 Gigabyte, 3 Gigabyte, 4 Gigabyte runtergeladen hat. Das war es also erstmal von meiner Seite aus. Das war es mit Call of 2D. Wie gesagt, wenn ihr Leute kennt, die das spielen, exzessiv. Oder wenn ihr das selber spielt, wenn ihr das schon mal probiert habt, schreibt es mal in die Kommentare. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. So. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und wenn ihr noch interessante Spiele kennt fürs Handy, schreibt es unten rein. Bis dann.